Mein Thema heute Abend ist Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident fordert, jetzt wird es spannend, konsequente Öffnungsschritte. Söder schlägt vor, Zitat, mit einer FFP2-Maske können wir auf die 2G-Regel im Handel verzichten. Man hält sich nur kurz in Geschäften auf. Das bayerische Verwaltungsgericht hatte die 2G-Regel im Einzelhandel kürzlich gekippt. Für seine Verhältnisse bei Markus Söder trotzdem ein gewagter Vorstoß. Quasi von Team Vorsicht zu Team Mutig. Für mich schon jetzt der Wanne des Jahres und man möchte Söder am liebsten zurufen, Mensch Markus, geht doch. Nina, also ich bin ja ein bisschen überrascht, dass dir das schon reicht. Also ich meine, Markus Söder sagt, Masken müssen bleiben, 2G-Abschaffung dir jetzt schon reicht, um Markus Söder zu sagen, Mensch, ganz, ganz toll. Die Wahrheit ist doch nur eine. Er hat Angst, dass er seine Wahl verliert. Und er ist in Panik geraten. Ja, ich finde es auch gut, dass er sich so wandelt ein bisschen. Ich habe es heute auch in die Richtung kommentiert bei Bill. Aber dennoch muss man doch sagen, wenn wir um uns herum schauen und jetzt auf den nächsten Freedom Day zum Beispiel in Schweden schauen oder die Entwicklung, die es in Norwegen, Dänemark und so weiter gibt, dann ist das ziemlich wenig. Ja, Paul, und es ist ja nicht so ganz über Nacht gekommen, sondern Markus Söder ist natürlich jemand, der seine Wechsel, die es ja auch schon mal häufiger gibt, von dem einen Extrem ins andere, doch klug intoniert und vorbereitet und es als Teil einer langen Strategie darstellt. Er kam ja aus dem Weihnachtsurlaub und hat gesagt, er hat lange nachgedacht, er hat überlegt und hat gesagt, dass er etwas ändern muss, weil er natürlich gesehen hat, gerade aus Oberbayern, da gab es massiven Druck auch von seiner CSU. Leute gesagt, das reicht uns jetzt alles und er muss einen Weg herausfinden aus dieser, ja, für viele einschränkenden Lage. Und deswegen hat er diese neuen Maßnahmen jetzt präsentiert. Übrigens Maßnahmen, die in anderen Bundesländern wie in Niedersachsen per Gesicht, per Gericht schon nicht mehr so sind und nicht mehr angewendet werden, also etwas in einen Zustand überführt, was schon anderswo gilt. Aber man muss natürlich auch mal sagen, was wollen wir denn für Politiker, die einfach erratisch das durchziehen, was sie einmal angefangen haben oder darf man auch dazulernen? Insofern ist ein Instinktpolitiker wie Söder immer natürlich irgendwie auch mit einem Ohr an der Masse. Und der Wahlkampf ist schon angesprochen worden. Man darf nicht vergessen, dass gerade die CSU eine ganz klare Stammtischpartei ist. Die Kreisversammlungen, die Ortsversammlungen, fast alles findet in Stammtischen statt. Und wenn jetzt die Wirtshäuser noch länger zubleiben, mal abgesehen von der Gastronomiewirtschaft, die auch arg gebeutelt ist in Bayern, dann hätte das massive Auswirkungen, gerade auch auf die Mobilisierung an der CSU-Basis. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Also es ist einerseits rational, andererseits kennen wir Markus Söder natürlich als jemanden, der so viele Überzeugungen hat, dass er sie nacheinander der Öffentlichkeit präsentieren muss. Also gerade noch Kruzifixe in den Amtsstuben aufgehängt, dann Bäume umarmt und Team Vorsicht, jetzt Team Mutig. Also da geht noch was. Also Mensch, Markus kann ich jetzt noch nicht unterstützen. Da warten wir erst mal nochmal ab. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben ganz viele schlimme Sachen gesehen, wo wir alle gedacht haben, das ist jetzt aber schon über die Grenze rüber von Herrn Söder. Und ich möchte da nur daran erinnern, dass natürlich gerade in dieser Corona-Zeit, wo es um Maßnahmen, Ja oder Nein geht, da hat Herr Söder auch teilweise Marketingmaßnahmen gemacht, die ich sehr schlimm fand. Zum Beispiel die Verlegung von 23 Patienten aus Rottal-Innen oder aus der Ecke da unten. Das ist ja schon sehr kritisch, wenn man das den Menschen zeigt. Die Menschen kriegen Angst und jetzt auf einmal soll es heißen, keine Angst mehr. Und ich muss dazu sagen, ich komme ja von den Zahlen und ich sehe diese Dinge ja, wenn 23 Patienten verlegt werden aus Intensivstationen, auch wenn es Covid-Patienten sind, so ist es doch so, dass in Deutschland 194.000 Patienten aus Intensivstationen jedes Jahr verlegt werden, in andere Intensivstationen. Also 23 werden mit Presse begleitet, weil sie Covid-Patienten sind. Und was ist mit den anderen 194.000? Ja, aber wenn Sie von den Zahlen herkommen, ich wohne ja auch in Bayern. Und in Bayern ist es ja so, dass die ähnliche Inzidenzwerte hatten wie Sachsen oder Thüringen lange Zeit und jetzt immer noch. Der Kreis mit den meisten Infektionen im Moment oder mit den höchsten Inzidenzen ist Dachau in ganz Deutschland. Also nahe München, der Landkreis München, Fürth, Ebersberg sind alles führende in diesem Sinne Regionen. Und wir kommen ja aus einer Phase, wo für uns diese Zahlen, diese Inzidenzien höchst bedrohlich waren. Ich habe im vorletzten Sommer eine Veranstaltung organisiert, die haben wir absagen müssen, weil die Inzidenzzahl bei drei lag. Jetzt liegt sie zum Teil über 2100. Da kann man sagen, wie irre, wie waren wir damals? Aber das war natürlich die Situation. Und deswegen bitte ich da so ein bisschen auch im Sinne Söders erstaunlicherweise für Verständnis zu sagen, dass es da eine gewisse Panik oder Aufgeregtheit gab und eben Team Vorsicht haltete. Aber es war nicht nur Team Vorsicht, sondern eben auch Team Panik. Also ich erinnere mich, wenn er in Ministerpräsidentenkonferenzen gesagt hat, um Gottes Willen, jeden Tag, den wir hier leben, stürzt ein Flugzeug ab und so viele Menschen sterben. Also das habe ich dann schon als Panikmacher ein bisschen empfunden. Und darüber hinaus muss man sagen, Markus Söder hat seine Politik eben sehr, sehr spät jetzt angepasst. Es gab ja schon länger die Analyse, dass Omikron eben nicht so schlimm ist, wie immer behauptet wurde. Und dass eben weniger Menschen in Intensivstationen sind. Und wenn ich mir November, Dezember anschaue, wie Markus Söder sich da noch geäußert hat, da muss ihm wohl irgendwie die Weihnachtserleuchtung gekommen sein oder die Neujahrserleuchtung. Ich weiß es nicht, weil so viel anders als im Dezember sieht es nämlich eigentlich gar nicht aus. Aber was mich noch viel mehr fuchst, ist die Tatsache, dass Bayern riesen Inzidenzwerte hatte und die Begründungen ständig wechselten, warum das so ist. Zum Teil wurde es auf die Grenze geschoben. Wenn das die Grenze gewesen wäre, hätte man die Grenzen dicht machen müssen. Jetzt gibt es eine neue Studie, die sagt, Grenzen dicht machen bringt gar nichts. Egal, wenn ich diese Kausalität herstelle, muss ich dann auch so handeln. Nein, die Grenzen wurden nicht aufgemacht. Dann hieß es wieder, ja, es sind die Migranten, die vom Balkan zurückkommen. Es gab mal einen spektakulären Fall, ein Dingolfing im BMW-Werk. Ja, das Werk stand nahezu still, weil auf einen Schlag, glaube ich, 500 Leute mit Corona zurückkamen. Aber wir wissen es bis heute nicht. Und was ist denn das für ein, wir sind das wichtigste Land in der Europäischen Union und wir kriegen einfach eine Krankheit, zumindest wissentlich, nicht durchdrungen, um die Ursachen zu erforschen? Das will mir einfach nicht in den Kopf. Und ist es der Datenschutz? Ist es die mangelnde Erhebung? Ist es einfach mentales Unvermögen? Sind wir zu bescheuert? Woran liegt es? Also ich würde sagen, es ist das Datenerhebungsproblem. Das wird ja auch schon von vielen anderen Professoren. Professor Antis zum Beispiel, der hat sich dazu ja schon vielfach geäußert. Ich glaube, auch Professor Stöhr hat sich dazu geäußert. Also ich kann Ihnen nur sagen, wenn wir über Inzidenzen sprechen, haben wir ein riesiges Problem, weil Inzidenzen haben nichts mit Erkrankungen zu tun. Ich will Ihnen das mal in einem Beispiel veranschaulichen. Eine Erkenntnis, die aber, ich sage mal so, nicht von Anfang an gegeben war. Doch, die hätte sein können, weil wir haben in 2020 und 2021 zum Glück, und es freut mich auch, dass wir die Daten haben, die Krankenhausabrechnungsdaten für das letzte Quartal 2021 gekriegt. Und man gibt dort einfach nur mal ein, wie viele Leute von denen, die als Corona hospitalisiert wurden, als Covid-Kranke, hatten dann gar keine Symptome. Das kann man jetzt rausfinden. 70.000 waren es. Das ist eine irre Zahl. Das heißt also, wir haben Inzidenzen, wir haben Leute, die ins Krankenhaus gehen, also eine Hospitalisierung. Und das Ergebnis daraus ist, wir alle denken, das ist irrevoll. Und es ist gar nicht so. Es sind 70.000, die wir mit ganz einfachen Kodierungen herausfinden. Weil die Fälle werden ja am Ende, wenn jemand dann raus ist, weil er vielleicht... Die Intensivbetten, darauf kommen wir ja noch. Das ist ja auch das Krankenhaus selber. Das ist sehr wichtig, genau. Da kommen wir später noch drauf. Aber mich interessiert noch ein letztes Mal zu Herr Söder. Ralf und Pauli, ihr habt ihn ja auch beide oft erlebt. Wie ist er denn jetzt so als Typ? Also stimmt meinst du, dass er es jetzt eingesehen hat? Oder ist er eigentlich so ein Wahlkämpfer, der jetzt einfach merkt, der Wind weht einfach wirklich anders? Ich muss den Stimmen hinterher. Er hat einfach ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, was im Land abgeht, was aus seiner eigenen Basis kommt, was verkaufbar ist und was nicht verkaufbar ist. Und natürlich hat er auch einen Stab von Mitarbeitern, die eben die Zahlen aufbereiten. Und die Zahlen, mit denen er in der Öffentlichkeit operiert wird, sind ja oftmals gar nicht... Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Tut mir leid. Es ist auch ein... Der hat keine Zahlen. Er weiß keine einzige Zahl. Doch, er weiß zum Beispiel, dass wenn der Anstieg... Von Inzidenzen? Zum Beispiel, wenn der Anstieg oder von der Hospitalisierung, wenn der sich nicht erhöht, dass dann eigentlich schon ein Kipppunkt erreicht ist. Das heißt, man hat das Wissen, dass es da etwas abflacht, ob man dann politisch den Schluss daraus zieht, jetzt auch schon zu öffnen oder ob man sagt, okay, es läuft ganz gut. Die Werte, Umfrage Partei, Umfrage Sympathie, sind eigentlich ganz gut. Warten wir noch ein bisschen. Das Gefühl der Leute ist noch nicht so, dass es entspannt ist. Dann bediene ich lieber das Gefühl. Auch das spielt immer mit eine Rolle. Also wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Corona ein wissenschaftliches Objekt ist und die Politik plötzlich nicht mehr politisch agiert. Das tut sie sehr wohl. Naja, also es sind ja Grundsatzfragen, weil Sie ja gefragt haben, der Markus Söder und so weiter, welche Basis hat er? Ist er jetzt irgendwie jemand, der ein guter Player ist in dieser Corona-Frage? Und ich bin der Meinung, dass er das nicht ist. Der spielt wie die anderen Ministerpräsidenten mit. Kann man natürlich auch bei mir nachlesen. Will ich jetzt gar nicht viel drüber sprechen. Aber für mich ist das, was ich hier sehe, wissenschaftlich mit Sicherheit nicht begründbar. Von den Zahlen her kann ich das nicht sehen. Und wenn wir nur über Inzidenzen reden, dann müssen ja eigentlich erst mal Grundsatzfragen geklärt werden. Das sind so einfache Fragen. Das macht ja gar keiner mehr. Wenn wir uns gegenseitig treffen und einer von uns hat das in sich und er überträgt es symptomlos an den anderen, dann muss doch geklärt werden, kann der andere davon überhaupt schwer krank werden? Das habe ich das Robert-Koch-Institut gefragt. Und deswegen, die wissen das alle nicht. Und dann hat das Robert-Koch-Institut im Dezember 20, habe ich das gesagt, darüber haben wir gar keine Daten. Dann habe ich noch mal im April 2021 gefragt, nee, Herr Lausen, darüber haben wir immer noch keine Daten. Gestern habe ich noch mal nachgefragt. Heute hat mir Frau Glasmacher geantwortet, tut mir leid, Herr Lausen, wir haben immer noch keine Daten. Wir wissen gar nicht, ob jemand, der einen anderen symptomlos ansteckt, ob der überhaupt bei dem anderen die schwere Krankheit auslösen kann. Das wissen die nicht. Das erheben die auch nicht. Schreiben Sie sogar unten noch drunter. Aber was folgern Sie denn daraus? Daraus folge ich, dass es nicht untersucht wird. Vielleicht darf ich das nochmal, ich meine, weil Sie, man kriegt immer sehr viel Heat, wenn man Menschen wie Ihnen widerspricht, weil eine große Community natürlich Ihnen folgt und an Ihnen an den Lippen hängt und jede Kritik an Äußerungen dieser Art oder so ist immer, im Grunde ist die des Teufels, weil viele Menschen Ihnen Glauben schenken. Und das ist ja auch toll, das sind dann neue Erkenntnisse. Nur Politik agiert ja so nicht. Politik kann nicht jede Zahl, wenn sie sie hat, ist gut, wir wissen über die Lage in den Gesundheitsämtern, Sie haben darüber sicherlich berichtet, dass die zum Teil noch händisch ihre Faxe ausfüllen oder Daten, gab es jetzt in der Welt einen Bericht, wieder händisch übertragen, die Ihnen digital übermittelt worden sind. So ist die Lage immer noch. Aber was folgt denn daraus? Politik muss auf den Moment reagieren. Und ich war sehr froh, sage ich, dass Herr Söder tatsächlich da etwas offensiver reagiert hat, in der Phase, wo die Inzidenzen hoch waren, wo nicht klar war, wie Sie sagen, ob es diese Übertragung gibt und welche Folgen das hat. Und im Falle, wenn etwas nicht klar ist, war ich am Anfang auch eher für den offensiveren Kurs, als zu sagen, lass mal eben laufen.